hallo hallo und herzlich willkommen mal wieder zu meinem adventskalender ja ihr seht die erste kerze brennt immer noch wird jetzt auch zukünftig brennen bis zum nächsten sonntag wurde natürlich die zweite kerze angezündet wird aber ansonsten widmen wir uns lieber erst mal wieder dem schönen adventskalender und jemand hat mich auf die idee gebracht ihr könntet ja selber diese adventskalender türchen aussuchen wollen und deswegen dachte ich mir ja ich hatte einfach mal kurz so ein bisschen drauf hab da ein bisschen zeit während ich euch beriesel das türchen schon mal zu suchen und wenn es jetzt noch nicht gefunden habt dann solltet ihr wirklich pause drücken denn ich werde es jetzt wieder öffnen und zwar befindet sich das türchen nummer drei trommelwurbel hier oben und ich werde es auch wieder mal öffnen ich bin sehr gespannt was da drin sein wird weil naja bis jetzt kann ich sagen war ich noch nicht enttäuscht also ich denke auch bei diesem adventskalender werde ich nicht wirklich enttäuscht werden sondern ich werde er am ende hier so eine richtig coole szene haben bis jetzt während ich das türchen öffne haben wir diese beiden die ich jetzt so hingestellt habe ja mittlerweile hat die frau auch ihren blaster in der hand so gehört sich das natürlich wenn man star wars kennt so was haben wir denn hier schönes ich kann es noch nicht so ganz zuordnen aber es sieht auch wieder nach einem fahrzeug aus das kenne ich glaube ich sogar noch nicht also für euch heißt es immer warum ich das kenne es liegt natürlich daran dass hier auf dieser rückseite bereits schon mal ein bild drauf war von so ein paar figurchen aber die will ich euch natürlich jetzt nicht zeigen denn falls ihr diesen kalender tatsächlich noch nicht kennt habt ihr so ein bisschen mehr die spannung dabei ich habe natürlich auch die spannung dabei weil ich nicht weiß in welchem türchen was uns erwartet ich denke ja fast am sechsten also dem nikolaus wird irgendwie was schöneres größeres drin sein und ich bin eigentlich auch schon echt gespannt was am 24 drin sein wird denn da denke ich kommt irgendwas großartiges auf uns zu so wie immer in alter manier werde ich dieses typchen jetzt natürlich wieder auspacken ich habe noch keine möglichkeit gefunden das mit einer hand zu öffnen ich könnte ja eigentlich eine schere bereithalten dann müsste ich hier nicht schneiden aber ist ja egal für euch ist das ja eigentlich nur ein schnitt also bis gleich so und da sind wir auch schon wieder und mein beliebtes so ist auch dabei so wir wollen uns jetzt erst mal genau angucken was müsste ich denn jetzt eigentlich zusammenbauen ich denke in der letzte beim letzten mal habe ich ja so gemacht sich von oben nach unten gebaut habe ich denke diesmal wird es vielleicht etwas besser wenn ich es von unten nach oben baue ja also gut ich sehe schon mal so ich werde jetzt mal hier wieder also wir brauchen schon mal dieses teil hier dieses teil da brauchen wir glaube ich diese beiden eins von diesen brauchen wir das packe ich mal hier schon mal zur seite so ein bisschen da muss ich noch mal kurz gucken ja ich glaube wir haben auch schon alles oder wir brauchen dieses schwarze teil hier noch ich hoffe man sieht immer alles ich achte mich immer gerade auf meine kamera sondern mehr auf meine eigenen finger so dann habe ich gerade gesehen das muss glaube ich noch mal ein kurzer blick hier drauf nee das muss nicht so siehst du gut dass ich noch mal drauf geguckt habe das teil wird jetzt einmal so hier drauf gemacht ich denke das sieht richtig aus dann muss nämlich dieses teil hier ich weiß immer noch nicht genau wie ich das machen muss damit ihr genau seht was ich hier tue aber ich denke bis jetzt sind wir da alle ganz zufrieden ihr könnt ja gerne mal sonst in die kommentare hauen ob ich das irgendwie anders machen sollte damit ihr mehr seht aber was ich auch immer sehr spannend finde hier also wer lego kennt weiß ja man normal hält man sich ja klassisch an so einem aufbauplan ich finde hier ist so ein bisschen die schwierigkeit gegeben dadurch dass man nur sieht wie das teil letztendlich aussieht so die kleinere teile werden gezeigt also was so auch übereinander gebaut werden muss was sonst verdeckt wird aber ansonsten finde ich das halt recht spannend weil man muss da so ein bisschen eine vorstellung von haben finde ich also ich kann natürlich auch völlig übertreiben da das recht kleine teile sind ist das vielleicht doch gar nicht so schwierig für die meisten aber ich finde irgendwie wenn man da keine vorstellung hat ist das ganze vielleicht ein bisschen schwieriger so da haben wir das untere teil hier so jetzt schon mal fertig ich wäre sehr dankbar wenn meine kamera sagt ja ich setze den fokus ok dann gucken wir mal wie es weitergeht dann bauen wir dieses obere mittlere teil und dann brauchen wir eigentlich nur noch das eine ding darauf machen also packen wir mal die teile alle zurecht ich glaube tatsächlich hier ist nichts extra jetzt muss ich aber doch mal gucken wo gehören denn diese blauen teile hin also wenn ich richtig sehe ist hier oben einmal 1 drauf aber mehr sehe ich auch gar nicht weil wir haben hier also wenn ihr das sehen könnt vier stück und ich kann mir nicht vorstellen dass da wirklich nur eins von gebraucht wird aber wir gucken bei ansonsten bin ich da so ein bisschen spontan und bau die mal weiß ich nicht wohin irgendwo hin wo sie passen wo sie gut aussehen auf jeden fall werden wir das hingekommen so dann drehen wir uns das mal so ich glaube wenn ich das richtig sehe ich gucke nämlich nebenbei immer mal zu dem türchen auch noch muss dann dieses teil hier so drauf wenn ich hinkriege es wäre sehr schön jawohl da haben wir das schon mal zusammen dann sollte hier vorne das kleine drauf und hier hinten das schwarze teil so und hier oben auf diesen ja nopsy pinöpel wie auch immer jetzt nennen wollt kommt das drauf so und dann widmen wir uns diesen beiden teilen und die sollen angeblich so zusammengesteckt werden ob es funktioniert ja es funktioniert perfekt und dann kommt das teil hier auch schon oben drauf jetzt verstehe ich auch warum das blaue da drauf sollten das ergibt ja gar keinen sinn das ist glaube ich nicht richtig moment das muss glaube ich eine stufe weiter runter könnte das sein dass das so rauf soll glaube ja aber ich weiß jetzt nicht wirklich was es sein soll also ich kann mir schon so ein bisschen was darunter vorstellen dass das jetzt so eine art racer ist würde ich behaupten könnte natürlich auch was ganz anderes sein vielleicht das wäre natürlich auch so eine coole sache ist das auch noch nicht das fertige teil hier sondern es findet sich in irgendeinem anderen türchen es muss noch nicht das nächste sein etwas zum erweitern dieses teils hier also wir lassen das mal sozusagen noch liegen auch meine kleinen teile hier die hebe ich immer auf ich habe mir extra so eine kleine tüte auf behalten da seht ihr das vom ersten türchen habe ich das auch noch aber soweit wir das hier betrachten können ist das soweit schon mal vollständig ich bin gespannt ob das jetzt das tatsächliche entheil ist es könnte letztendlich tatsächlich so eine art racer oder scooter sein aber ich weiß es nicht es könnte tatsächlich sein dass hier an den seiten sowas noch rankommt dass das vielleicht noch flügel geben wird dass das vielleicht dann noch so eine art raumschiff wird wir sind gespannt ich kann das nur so ein bisschen erahnen philosophieren so ansonsten ja ich ziehe dieses video jetzt unglaublich in die länge es tut mir sehr leid ich rede immer wieder sehr gerne ansonsten sollte es aber von heute erst mal gewesen sein ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß ihr könnt ja auch gerne wenn ihr wollt in die kommentare haben was ihr denkt was das werden wird oder ob das tatsächlich so fertig ist und ansonsten bin ich sehr optimistisch dass wir hier weiterkommen ich würde sagen das war's für heute euch noch einen schönen dritten advent nein advent ist noch nicht euch nun dritten dezember und wir sind raus